Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Sofort und gleich. Was ist mit mir passiert? Du siehst scheiße aus. Der war wieder frisch gewesen, dann ist er rot angelaufen und dann habe ich ihm zwei blaue Augen gehauen. Was? So siehst du gerade aus. Verwertung, Benotung 0 von 10. Na also meine Wähler, ich bin heute in den Farben einmal gefreint. In der roten Farbe. Dann stand einfach auf der Strasen, wo ich hab noch mal... Ich hab draußen nach Essen geguckt und bin in den Farben reingefallen. Und die blauen Augen, da bin ich... In äh... Jetzt fällt nichts mehr an. Äh... Blauem Farb einer Kasten. So lasst uns jetzt am besten mit dem Shop an. Guck mal, guck... Und morgen... Morgen, genau, morgen. Ähm... Am nächsten Samstag oder Freitag kommt wieder das andere Spring. Mhm. So, okay. Wir fangen an. Äh... Guan Yu, der neue Skin. Ja... Ja... Ja, ich weiß. Und jetzt bist du wieder draußen. Perfekt. Also und dann... Wir gucken einfach mal. Was dieser Skin äh... Mir sagt... Mir sagt dieser Skin den nicht... Doof. Ich bin den nicht... Das ist ein kleiner billiger Menschen. Klatsch. Und... Hier. Hunde. Flair. Flair. Dann haben wir... Haben wir hier schön... Also ich finde den da nicht immer so schlecht. Da mit den... Mit den Löwen da auf der rechten Seite. Zeig mal auf der linken Seite. Das sieht okay aus. So... Ja... Geh mal... Geh mal wieder nach vorne. So oben hat er auch diesen Drachen da. Ja, also die Dekoration generell sieht cool aus. Aber... Ich finde den gar nicht so schlecht. Ich geb dem... 6 von 10. Ich geb dem... Auch... Ich geb dem 7 von 10. Und zwar kommen wir hier zu... One... Da... Da... Die finde ich so geil. 10 von 10. Die finde ich so unfassbar geil. Die ist echt mega cool. Aber es gibt von mir 9 von 10. Aber die ist echt cool. Definitiv... Ja... Dann... Oh... 10 von 10. Auf jeden Fall... Also dieser Gleiter ist so... Geil. 10 von 10. Definitiv. Dann... Cloaked Star... Ja... Der... Ist aus... Kannst du die Welt... Der ist ziemlich nice. Aber ich würd dem jetzt auch nicht 10 von 10 geben. Ich geb dem mal 8 von 10. Hm... Ja? So? Ja... Ja... Dann... 0 von 10. Ganz klar. Der Skin ist so... Okay, du hast... Ich soll da irgendwie... Oder... 0 von 10! Nein... Ich hab mir kein 10 von 10. Ich weiß... 8 von 10. Battle Postiers! Hm... Machen sie mal weiter jetzt. Ähm... Empire X... Empire X... Sieht ein bisschen aus... Finde ich irgendwie nicht so geil. Boah... Ich find's irgendwie nicht so nice. Also ich würd sagen so... 3 von 10. Was? Ich find die überhaupt nicht nice. 6 von 10. Gut. Dann... Oh... Finger guns! Pow! 8 von 10. Jo... Kann man... Warte... Wo haben wir es? Wo haben wir es? Haben wir es vergessen? Nein... Nicht 9... Nicht 6... Nicht 1... Nicht 7... Nicht 3... Nicht 10... Nicht 0... Nicht 4... 8... 8... Hier... 8 Punkte... Was bist du? Auch... Auch 8... Ok... Deswegen passt es... Ich muss jetzt nicht nochmal nichts versuchen... Ähm... Ja... Dann lasst mal einen Daumen nach oben nach... Ach... Da war's dran... Abonniert den Kanal... Und schaltet uns das nicht... Äh... Muskels weg... Ich bin weg... Daumen hoppen... Ja... Also bis dahin dann rein... Und tschüss... Ich bin weg...